Ich hab die Dolly nicht dabei. Ja genau, bau mal das Portal zu. Kundrad ist im End-Screen! Die Fledermaus hat mich da reingeschlagen! Viel Spaß beim Abflachen, Kundrad. Läuft dann wieder in mein Bett. Ein unsicheres Moin-Moi bei der Folge Minecraft Drifter. Mit vielleicht dem Nephias. Ja, der war unsicher eben. Mit dem Gorobai. Ich war nicht unsicher! Ich hatte gefragt, ob er ready. Seid ihr alle bereit? Ich bin konzentriert, ich arbeite. Ich glaube, ich bin ready. Vielleicht. Vielleicht. Eventuell. Das wünschen die sich. Die können das nur nicht ab, dass ich immer ready bin, bevor die ready sind. Hallo, ich drück auch immer direkt auf Aufnahme. Wer beschwert sich, Goro. Was hab ich gemacht? Nix, nix. Was hab ich gemacht? Ich drück auch immer schon Aufnahme vorher. Meistens. Außer du schreist wieder, dass sich keiner gefragt hat. Das passiert ja oft. Ihr seid ja solche Spastis. Boah. Tat jetzt ein bisschen weh. Tat das weh? Ja. Soll es auch. Ich wusste es. Das muss richtig brennen. Das muss burnen. Äh, das. Dann haben wir die Taschen mal leer hier. Machen sie erstmal wieder im Korb. Oh, warte. Ich hab noch mehr Taschen. Scheiße. Ich hab meinen Zauberstab ja auch noch benutzt. Ach, du großer Gott. Hier ist ja auch noch Zeug drin. Hier sind Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Pferderüstung hab ich jetzt. Ohne Ende. Mama. Tu mal lieber die Möhrchen. Die Möhrchen. Tu die Möhrchen. Die Möhrchen. Aus dem Möhrchen. Aus dem Möhrchen. In ein Glas. In ein Glas. In ein Glas. Ahem, ähm. Braugen hatten wir nicht, oder? Zombie Head. Und die Realm Stones. Und alles sind aber fertig. Jawoll! Jawoll. Jawoll. Ich bin ja... Voll! Ich müsste meinen Garten ja nochmal ausbauen, wieder mal. Müsstest du das? Mhm. Das Behead entköpfen? Ja. Okay, das geht jetzt noch leichter mit meinem Schwert. Hast du mich gerade als Skill bekommen, wenn wir... Ach so, ja. Den was? Beim, 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 beim... ...Kriever wahrscheinlich. Ja, genau. Ich dachte, beim, 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 beim. Beim, beim, beim? Nein, ich bin blöd. Ja. Kannst du das umschreiben? Nein. Die Blödheit. Die Blödheit kannst du leider nicht umschreiben. Das ist ein Arsch. Nein! Scheiße. Was hast du wieder für eine vulgäre Aussprache heute? Gott, bei mir laden... Okay, jetzt ins Rücken. Hast du hier eigentlich alles für Rüstung unten? Was ist das hier? Weiß ich... Was, was denn? Die Ritterrüstung hier. Das ist die Crimson. Das sind die Leute, die diesen Boss bewacht haben. Den wir besiegt haben letztens. Ah, okay. Das sind die Magier davon. Ich finde das Skelett daneben süß. Das kannst du... Mach mal Rechtsziek drauf. Mit der Hand. So, ähm... Ich hab keinen Platz, warte. Irgendwann bin ich ja hier. Kann man die dann einsammeln? Nein. Schade. Wie geil ist das denn? Aber wenn da keine Decke wäre, könnten die dich treffen, weil die wieder runterfallen. Okay. Könnte man Mutprobe draus machen. Was kannst du draus machen? Mutprobe. Mutprobe. Habt ihr früher Mutproben gemacht? Nein. Nö. Ich geh mal zur Frage. Ja, genau. Ja, ist nun mal so. Okay. Wir haben früher so Jack... Wir haben Jackass nachgedreht. Früher. Hallo, mein Name ist Dennis und das hier ist Jackass. Yes. Nein, sowas haben wir nicht. Aber wir haben einfach gefilmt, wie wir uns... ... mit dem Fahrrad übelst gemault haben und so. So war's halt. Tat teilweise gut weh, Alter. Hättet ihr vielleicht Fahrrad fahren lernen sollen? Wann konntet ihr Fahrrad fahren? Wann? Ja, weiß nicht. Wann lernt man Fahrrad fahren? So. Ich konnte das eigentlich so, als ich... Weiß nicht. Also, ich konnte es recht schnell. Ich kann es heute noch nicht. Der mault sich heute noch. Ich maul mich heute noch. Wenn ich zur Schule immer zur Uni hin... Kommt doch immer drei... Kommt doch immer drei Stunden zu spät. Ich fall immer zur Uni. Ne, ich fahr drei Stunden früher los. Ich muss ja vorher noch beim Krankenhaus vorbei. Ja, genau. Zum Zähne richten. Ne, keine Ahnung. Wann kann man Fahrrad fahren? Ja, ist unterschiedlich. Ja, eben. Ich konnte zum Beispiel schon schwimmen. Da war ich noch keine drei. Aber Fahrrad fahren konnte ich erst mit sechs. Weiß ich leider nicht. Weil ich einfach mitten in Frankfurt aufgewachsen bin. Ne, schwimmen konnte ich dafür relativ spät, glaube ich. Frankfurt... Ja, wo willst du da als Kind groß Fahrrad fahren? Das ist irgendwie leicht gefährlich. Ach Quatsch, guck mal. Wo kann man denn Fahrrad fahren? Ich hab hier im Wald gegen... Im Wald gehabt bei meinen Eltern. Das war mal ganz gut. Ja, also hier wo ich jetzt wohne... Wenn ich noch wohne kann... Auch direkt der Wald... Vor der Haustür. Können sie super Fahrrad fahren lernen. Hä? Haben wir Schnee... Ach ne, wir haben irgendwo ein Schneebium, ne? Ja. Kann ich die Map nicht irgendwie... Ach da drüben ist das Schneebium sogar. Ist da wo Kunran damals die Bäume gesucht hat. Nee. Kann eigentlich aus Bottle-Attention irgendwas machen... Ja. XP kannst du kriegen. Ja, das ist klar. Ja, XP. Du hast gesagt. Ich hab keine Worte. Nein, den brauchst du für nichts. Das heißt, ich mach mir damit XP und pinkel dann... Bei Guru auf der Toilette, richtig? Genau, und pinkel es richtig ab. Ich finde das nächste Minecraft-Projekt... Was wir machen... Das Vanilla. Nein! Da mach ich nie mit, ey. Dieses Entsetzen. Nein! Das geht dann auch nicht so lange. 20 Folgen haben wir alles gesehen. Ja, schön. Man könnte eine Hardcore Season machen. Ja, das könnte man echt mal wieder machen. Eine Hardcore Season. Ja, oder... Ich wollte letztens. Da hab ich Nefi angeboten, aber leider nicht. Und dann schön wirklich mit dem Ziel halt den Ender-Drachen zu machen. Weil die Orga wieder kacke war. Ich meinte jetzt nicht mal unbedingt... Also ich meine jetzt nicht unbedingt sogar einen Gegner, sondern mit dem Ziel einfach einen Ender-Drachen. Ender-Drachen. Wir machen als nächstes Projekt einfach... Was cooles, kurzes mit Ziel-Ender-Drachen. Aber nicht Vanilla, auch nicht Hardcore-Modding, sondern irgendwie mit einer krassen Welt. Aber es gibt ja auch alles schon, dann haben wir ja alles wieder von Unge geklaut. Jeder hat schon was bei Unge... Jeder hat schon was bei Unge... Ich meine natürlich, das ist alles bei Unge... Nein, jeder hat... Also es wird, glaube ich, schon unendlich häufig irgendwie versucht, Hardcore zu spielen und dann... Ja, den Ender-Drachen als Ziel oder sonst was als Ziel. Apropos Ender-Drache. Wollen wir mal kurz den Ender-Drachen klatschen gehen? Oh nein, ich hab schon wieder die Dinger... Jetzt kannst du rein, ich hab's gerade voll gemacht. Juhu! Ich hab das noch nicht gemacht in Minecraft. Und, hast du gewartet? Ja. Wo sollen wir denn hin? Ähm, hier drauf shiften. Und dann... Ich hab nur so viele Sachen rollen. Ja, dann leg ab. Nee, da bin ich... Entrance Point. Da ist der Punkt, wo der hingeht. Der hat keinen Namen. Entrance Point. Wir sind doch gar nicht vorbereitet. Nein, du kannst doch hochscrollen. Da ist so ein Strich nach Destination 1. Ja, ja. Distance 500 Meter, genau. Nee, da bist du nicht. Ich kann da nicht draufklicken. Warum kann ich da nicht draufklicken? Du sollst Shift-Klicken, ne? Entrance Point, Destination 1. Ja, Shift-Klick. Mach ich. Und was sollen wir machen? Entrance Point, Destination 1? Nicht Entrance Point. Das ist die... Hä? Da ist... Ist da kein Strich, der woanders hinführt bei euch? Nein. Use the number key to quickly jump between destinations. For space to return. Nee, gibt keinen bei uns. Moment, ich komm wieder. Also doch, also wenn ich hier jetzt Shift drücke, bin ich instant bei diesem Entrance Point 1. Und da kannst du nicht Shift-Klicken? Es muss eigentlich wie in unserem System Feile sein oder Striche sein. Ja eben, genau. Ist aber nicht. Hallo. Hat Nevi wieder Scheiße gelabert. Ja. Jetzt halt. Ja. Moment. Was ist das hier für ein lila Tipp? Was ist das? Was ist das? Goro hat hingeschissen, glaub ich. Hast du Flux-Flu? Ja, hatte ich eben. Ja, das ist Dünnpfiff. Ja, das ist Dünnpfiff. Das hast du erst mal raus, ey. Ey. Das du verreckst mit meiner Hand, ey. Goro muss der Highlander. John Cena! Ich glaub, du kommst da gar nicht durch, oder? Nö. Wir sind nie fertig. Lass die Blumen mal stehen, ey. Sorry. Jetzt ist das letzte mit dir. Ah, sind die nicht lautlos. Jetzt steht... Wenn du jetzt 1 drückst und Shift-Left-Click. 1? 1, Shift... Was soll man machen? Ihr sollt einmal auf die Zahl 1 drücken. 1? 1, ja. Und dann Shift-Left-Click einfach auf den Punkt. Ne. Ne. Wieso geht das nicht? Ich komm doch auch dahin. Keine Ahnung. Geht nicht. Versteh ich nicht. Habt ihr... Können wir doch nicht einfach fix hinfliegen? Ja. Müssen wir jetzt auch. Wohin? Äh... Da, in die Richtung. Folget mir. So wär bequemer gewesen. Ja. Was sollen wir machen? Wir haben die Regel nicht gemacht. Wir fliegen hier im Konvoi, Leute. Wohin. Jetzt kurz die Welt laden lassen. Ach. Scheiß drauf. Warte. Stopp. Hier unten. Seht ihr das große Loch? Ja. Warte. Wenn ihr... Wir können uns direkt reinfallen lassen. Da ist direkt das Portal. Wenn ihr dich jetzt da durchfall... Da ist zwar Lava, aber da ist ein Portal. Drüber. Einfach reinfallen lassen, dann fallen wir ins End. Ist das das End? Ja. Ja, das ist das End. Wohin. Das weiß ich sogar, dass das so aussieht. So, wo ist er? Andy. Oh, ich hab nichts zum Schießen dabei. Ah doch, hab ich. Warte. Können wir hier fliegen? Ja klar, kannst du hier fliegen. Hast du ihn angekettet? Oder was ist hier los? Ne, das sind die Haltdinger. Nein, der saugt sich da doch dran vor. Ach ja, das sind die Dinger. Guck mal, Kunan hat die noch nie gemacht. Weiß aber Bescheid, ey. Ja, man muss die Dinger... Ich hab Minecraft Story Mode gespielt. Ich kenn das. Spoilerlich. Ich kenn das. Ist das nicht das Erste, was man erfährt im Spiel? Ne, ne, ne. Mach das mit deiner Hacke oder so. Und bitte keinen Enderman angucken, das wäre uncool. Ah, die Türme gehen ja richtig kaputt hier. Ja, hab ich auch schon. Dann draufhauen. Das ist der letzte Turm jetzt hier. Ne, da hinten ist noch einer. Okay, ich hab jetzt kaum noch Leben. Ich muss kurz heilen. Alter, wo fliegt der denn jetzt hin? Kurz unten in die Welt. Der ist jetzt echt unter der Welt. Alter. Ach, der kann die Türme hier kaputt machen. Das ist ja krass. Das ist übrigens Gamer Musik, kann das sein? Ich hör keine Musik. Ich kann nichts mehr sehen. Warte, ich sollte vielleicht das mal... Äh, warte mal. Music. In the end, it doesn't really matter. Komm, spielt hier nämlich... Oh! Das will really matter! Aber sehr, sehr, ähm... Ja. Mit Notenblöcken oder richtig das Lied? Ne, das ist eher Notenblöcke. Ich hab's trotzdem jetzt mal ausgemacht. Sicherheitshalber. Ist das eigentlich Gamer Musik? Das ist Gamer. Linkin Park ist nicht Gamer. Ist das Linkin Park? Du weißt tatsächlich nicht mehr von Gamer. Ist das Original sogar noch von jemand anderem? Ich hab die Musik gar nicht. Ich auch nicht. Ein Lautstärklett ausgemacht. Wo sie jetzt hin? Wir schießen die ganze Zeit mit Fallen hier. Ich bekomm leider nicht in Nahkampf. Ne, Nahkampf ist gerade Kacke. Ah, ich hab ihn ja ausgekriegt. Ah, ich weiß nicht wo oben und unten ist. Hilfe. Lieg doch einmal hinter mir. Derb jetzt. Ich glaub, ne, ich glaub nicht. Aber... Bitte fall nicht runter. Das könnte sein, dass das passiert. Hast du noch ne Fernkampfwaffe, Neffen? Ich hab nur einen Bogen. Ich seh aber auch einfach gar nichts. Äh... Doch, ich sterb gerade. Nein! Dann flieg hoch! Ich kann nicht fliegen! Du musst fliegen können! Das geht nicht! Lock dich aus! Warte! T-P-Kundran! Warte! Ich hab mich gerade ausgelockt! Ja komm rein, bitte! Ja! Jetzt bist du bei mir! Okay! Hey! Ich bin fast tot! Uh! Ich hab irgendwie einmal getroffen und dann war ich... Ja, dann warst du unter der Erde oder so! Wahrscheinlich, ja! Okay! Die Dinger kommen gleich unten auf den Boden an, die ich geschossen hab! Oh nein! Wo ist er geschehen? Wo ist er denn jetzt? Ich hab keine Ahnung wo ist! Da ist er! Ah, da kommt er wieder her! Ich geb ihm die volle Breitseite! Boah! Der dauer! Geht weg! Da kommt meine Dinger! Das sind rote Chocobos! Jawoll! Im Ernst? Ja! Im End sind rote Chocobos? Ja, ja! Das sind spezielle! Die sind Bats, die mich entfalten! Ich hab ihn gerade im Nahkampf gekriegt! Ja, von vorne musste kommen! Ja! Ja, von vorne hatte ich das Problem, dass ich dann irgendwann wieder der Erste war! Oh! Wer hat die Federmäuse gespawnt? Du? Oder war das der End? Der Ender Drache! Ich glaub der Drache war das! Ja, der Drache war das! Das sind so End-Federmäuse! Okay! Ja, dann wirst du jetzt geblitzt, Junge! Oh, Nephi, pass auf! Der hält aber... Oh, ich seh auch nichts mehr! Bei mir fliegst du hier noch rum! Ah, es wird alles schwarz! Der macht dich blind! Deswegen! Ich hab... Ich blind nicht so? Nee, ich hab aber auf jeden Fall die gesamte Zeit Schaden gegeben! Achso, ja! Dann bist du dann... Ja, dann bist du aber durch die Blindness irgendwie unter die Map gekommen! Und dann... Und dann... Boah, der ist richtig krass hier in dem... Der ist richtig stark! Ja, weil das ist der Hardcore Ender Expansion! Weil der wichtig dafür ist! Deswegen mach ich den gerade mit euch! Achso! Wir helfen dir! Ja! Wir machen wir auch just for the rules! Ja, den machen wir auch just for the rules! Damit ich hier in Ruhe arbeiten kann! Aua! Im End! Hier ist ja... Wow! Ich hab ein Achievement bekommen, du auch? Ja, wir alle... Ja, alle drei! Oh, warte! Verliert der Sachen? Scheiße! Ganz viele XP auf jeden Fall! Wuuu! Wuuu! Oh, die Essenz! Das Portal ist da unten! Das Ei! Ja, das Ei holen wir uns so! Machen wir den Zauberstab! Mach du! Ich hab da schon was drin im Zauberstab! Warte, was war das? Der Gelbe war das! Der Gelbe? Ja! Äh... Dissolation? Dislocator, ja! Genau! Und jetzt hat... Oh! Ist das runtergefallen! Holt's! Nein! Warum ist das runtergefallen? Hast du's? Ne! Das ist hier wieder! Ja, es kommt wieder hoch! Anscheinend kann man das nicht dislocaten! Ja, das kann man nicht dislocaten! Okay, dann müssen wir das mit nem Dings machen! Ja, dann lass stehen! Es fällt immer wieder runter! Es fällt immer wieder runter! Warte mal! Ne, hör mal auf! Nicht anklicken! Lass es jetzt! Warte, warte, warte! Dann holen wir uns n Dings, äh... En Piston und machen das mit den Piston! Scheiße, ich hab die Dolly nicht dabei! Ja, genau! Bauen wir das Portal zu! Kundrat ist im End-Screen! Ja, komm dran! Die Fledermaus hat mich da reingeschlagen! Ja, komm dran! Viel Spaß beim Abwarten! Komm dran! Ja, komm dran! Läuft nicht wieder in mein Bett! Ja, komm dran! Aber wie geil, er steht da, die Fledermaus kommt und er so, öh, fällt so ins Loch rein! Ich will das gerade zubauen! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Aber die Fledermaus kam echt so geil! Guck mal, der steht am Rand! Und schubst den so runter! Genau so war das! Was ist das hier für's? Hier ist überall Essenz! Das brauch ich alles! Leute, können wir die Folge noch kurz wenden, oder? Ja, können wir! Alles klar! Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da! Puh! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Tschüss!